Ja moin Leute, heute ein neues Video hier, Ankündigungsvideo heute, also heute noch was anderes von unserem Kanal, heute werden wir vielleicht mal, also heute werden wir live streamen, so gegen 8, 20, also 20 Uhr, wenn alles glatt läuft. Also heute, wir würden dann zusammen streamen mit dem RainerLP und dem MasterLP, die beiden Kollegen hier vom LU, ja wir werden auf dem Twitch-Kanal RainerLP streamen, ja wie gesagt gegen 8, ja 8 Uhr, also 20 Uhr abends, wir würden wahrscheinlich anfangen zu häckseln, wie wir hier schon sehen, unsere schöne Kolonne, mit meinem schönen Deutz hier, wir werden entweder anfangen zu 6 Minuten oder weiter Gülle fahren, wo wir gestern Abend aufgehört haben, mit der Gülle, ja wie gesagt, schaut doch mal bei RainerLP vorbei, der macht auch noch ein Infovideo, wenn ihr mehr wissen wollt, oder wenn irgendwas unklar ist, in die Kommentare schreiben, ähm, ja, und dann noch grad zum Ansprechen, wie gesagt, wie der Kiki schon im letzten Video gesagt hat, wird er, also ist er jetzt in Urlaub, ist er wahrscheinlich halt noch unterwegs, oder schon da, ich weiß es nicht, ähm, werden wir dann, also werde ich so gesagt mehr Videos dann bringen, Mod-Verstellung werde ich ein paar machen, und, ähm, Let's Plays halt, ich würde auch vielleicht im Livestream ein bisschen aufnehmen, und ich kann euch schon mal was verraten, es wird vielleicht ein kleines Best-of-L-U-L-U-L-R geben, aber dazu auch mal noch nicht mehr, also so Best-of-Fails, ehrlich gesagt, Ja, also wie gesagt, heute Abend, 20 Uhr, so gegen 20 Uhr Livestream, auf der Frankenland-Map entweder Gülle fahren, Maisland bearbeiten, ähm, Mais-Hexeln oder sonst irgendwas, schaut doch mal bei RainerLP vorbei, macht ein Infovideo MasterLP, weiß ich jetzt nicht so, aber ich glaub, vielleicht auch, vielleicht auch nicht, so, ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei heute Abend, würden uns freuen, lasst bei mir mal ein Abo da, oder ein Like, weil was unklar ist, wenn ihr Fragen habt, sonst irgendwas, ähm, mal einen Mod habt, den wir euch vorstellen sollen, schreibt einfach unten in die Kommentare, da ist genug Platz für euch, und, dann würden wir uns freuen, wenn ihr heute Abend zahlreich dabei seid, und ciao.